Erste Begegnung mit Sand, Staub und Hitze. Lehrreiche Erfahrungen sammelten die Teilnehmer bei dieser ersten Etappe. Plötzlich verhält sich das Allradfahrzeug nicht mehr so, wie es sich der Fahrer wünscht. Untertitelung des ZDF, 2020 Jeder hatte da so seine Technik. Mal ein Stück zurück. Erste Begegnung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020